hallo und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem kanal ich drehe jetzt wieder mal schnell ein video mein sohn ist da es ist um fünf glaube ich und ja falls ihr das hört er spielt aber gerade ich wollte euch die klose aufgemacht aber ich habe noch nicht reingeguckt ich habe extra gewartet da sind wieder so eine blätter drin wieder von hellofresh und von foodspring zum abnehmen ja brauche ich nicht ich bin 1,70 groß und wiege derzeit 54 kilo ich habe sehr viel abgenommen im moment und dann ist noch ein für blumen oder keine ahnung werde ich nicht nutzen und ja so sieht die glossy box aus das glossy heftchen thema ist sing dance love repeat deswegen ja so ne ja ich gucke jetzt noch nicht rein weil ich will erst mal in die box hier gucken ja sieht so aus ich habe sie noch nicht geöffnet werden wir aber jetzt sind ja fünf produkte einmal ein trocken shampoo von langhaarwäden cool ich nehme jetzt vermehrt trocken shampoo muss ich sagen ab und zu mal weil ich bin nicht immer so oft meine haare waschen falls ihr denkt die sind fettig oder so nein ich habe mir gerade eine co reingemacht ich gehe dann noch baden mit meinem sohn deswegen habe ich die so nach hinten gemacht also nicht wundern ja nehme ich ab und zu mal und gefällt mir dann ist ein nagellack von essi drin ich wollte erst mal gucken wie viel das kostet dieses ist mehr für die haare würde ich sagen drin 2,95 euro hier sind 100 milliliter 2,45 euro ja ja ist okay wollte ich sowieso mal dann ist drin von essi ein nagellack werde ich leider nicht benutzen ich benutze ja kein nagellack den werde ich mit in eine verlosung geben kostet 4,30 euro 5 milliliter in weiß wären noch andere farben drin gewesen also durchsichtig ja gebe ich zu einer verlosung mit ist nicht so mein fall dann greife ich rein ist ein hyaluronic lip scrub von avant drin das ist gut das benutze ich auch im moment sehr oft da ich sehr trockene lippen habe und das hilft wirklich ja das ist gut kostet wie bitte das ist ein original produkt 64 euro das kann ich nicht glauben 64,65 nein da da gucke ich dann mal im internet also hä 64 euro wer kauft sich denn sowas für 64 euro ein lip scrub 10 milliliter sind auch drin ok ok dann haben wir was ist das ach so ein teil hier das war schon mal drin es war auch ein roller zu drin der ist mir leider kaputt gegangen der ist von von der waschmaschine gefallen und ist kaputt gegangen ja sowas ja benutze ich auch mal kostet 10 euro lässt den tor frisch und rosig leuchten wie nach dem ersten kuss mit diesem tool schenkst du deinem gesicht eine sanfte lymphdrainage behalte ich ja gut und das letzte produkt und dann machst das auch schon ist von manakada beauty eine was ist das ah eine mascara cool das ist sehr gut kostet 16 euro ich würde jetzt mal schnell gucken ich mach das mit euch zusammen das kann ich nicht glauben dass so ein lip scrub 64 euro kostet leute doch das kostet 64 euro leute das ist ja wahnsinn also würde ich mir nie holen muss ich sagen ist grad reduziert auf 44 euro würde ich mir nie ein lip scrub für 64 euro holen das ist ja wahnsinn also schon alleine mit dem teil hätte ich drei glossy boxen vier ja genau finde ich nicht schlecht diesmal sind gute produkte drin und auch das die design gefällt mir von der glossy box ja ich danke euch fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten mal tschüss bis